Was geht, Leute? Ich hoffe, ich gefällt euch, werdet nicht verpisst euch. Was geht, behalte ich weiter. Warum komme ich nicht wieder in so ein Match, was schon läuft? Das nervt langsam. Das nervt langsam. Was? Was? Ich werde Leute von Mika gesponsort. Ich habe zwei riesen, was weiß ich, Einzelhandelspackungen von den Hurensöhnen bekommen. Ja, was das? Peanut und Karamell, Leute. Ja, mal gucken, ob es gut ist. Nein, Spaß. Ich will doch nicht von Mika gesponsert werden, wo bin ich hier gelandet. Die war von Laien. Ohne Spaß, das ist die Schmodder. Eklig. Das Karamell geht mir da noch klar. Dann kommen diese Erbnüsse dazu und das fickt einfach das ganze Essen. Ich glaube, ich habe für diese Waffen Null. Ja. Weil die Nüsse geröst und geröstet sind, haben die einen anderen Geschmack. Das schmeckt so, ob ich auf Kekse rumbeißen würde und so leicht. Ja. Ja. Und da. Was ist das? Du Bastard! Ehrlich! Ehrlich! Geh weg du X-er jetzt! Geh weg! Geh weg! Vier! Die spinnen denn noch? Are we? Seize it. Securing the container. One Omar remaining. Cover me! Reloading! One friendly operator remaining. Secure the container. Resume securing the container once the threat is neutralized. Ja, fast Ace gemacht, alle. Was ist los? Da, mir schmeckt immer noch scheiße. Danke, Bruder. Ich hab Hunger, deswegen esse ich's auch irgendwie. Gut, endlich mal einen zu haben, der Deutsch lernt. Boah, endlich. Schmeckt echt gut. Nur weil diese Nütze zerstören ist. Es ist knusprig süß. Irgendwie ist das Caramel süß und Flussbrück. Ich weiß doch warum, das wiegen. Ja. Irgendwo würde ich diese Cam hier platzieren. Was ist das? 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 hast du noch nicht mal einen kontaktkanal zu werfen gelernt der ist am harsch und doch gibt ihm keine spritze hatte keine mehr doch der hat noch eine die gibt aber nicht der geierter ist der geierter einer spritze abrufungen werden wer hat einfach an einer verfügten spritze ok er hat zwar den letzten kill gemacht gebe ich zu gut gemacht beim anfang direkt gestorben das fand ich scheiße aber die gar an einer spritze geiert nicht weizen tsch tsch Ich überlege mir so einen Zweitkanal Leute anzuschaffen Und wenn mal ein Kanal irgendwie gehackt wird oder so Habe ich einen Zweitkanal Aber ich habe richtig gute Sicherheit reingekommen Aber irgendwie Naja Werden Abonnenten Abonniert meinen Kanal 24 7 Leute Weil keiner ist drin Der macht doch nichts an dem Account Das wundert mich auch Ich wollte Google anrufen Da habe ich schon mal gedacht Ja wie willst du denn anrufen werden? 3 3 Leute direkt Abba ba ba weitergegangen Oh der Punkt ist gut Der ist aufgeregt 1006 noch bauten Leute dann gehe ich noch mal Ich hab mir Valkyrie vor kurzem geholt, das ist gut sogar fand ich, jetzt kommt als nächstes Bok, bok 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 bok, bok 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 Oh jo, da hat jemand zu sparen Ei komm schon! Ich seh sein Kopf, ich seh nur noch sein Kopf Nein, einfach! Der war schneller als ich, der Pass hat, der war wesentlich schneller Ich war nach Don't Destroy Mann, 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 Mann Jetzt versuchen die noch nachzuhören Oh jo, nein oder? Was für Ethernetkabel? Ich bin mit dem Router WLAN verbunden Ah scheiß drauf, ich bin jetzt ganz auf LAM Wow Unity Media hat scheiß Internet voll bei Wodafone hat sich mal gelaggt, nix und jetzt lagts alles Scheiß Unity Media, das war's